Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Diesmal ist es nicht Pepper, diesmal ist es Josh. Was ist das überhaupt? Speedrun Josh vs. Minecraft Animation. Okay. Ja, es gibt Beeren bei Minecraft. Oh, gibt's Eisbären? Oh! Hallo! Er schammelt einfach... Er macht aus dem ganzen Loot einfach einen Keks. Ich muss mal auch Minecraft weiterspielen. Jungs, so schnell will ich aufzuhauen können. Das ging ja glaube ich damals mal, dass man einfach ba-ba-ba-ba-bam hauen konnte, ne? Oh! Oh! Hä? Hahaha! Der Esel lacht aus! Oh! Pferde wird nicht so schlau werden. Ich wünsche nie wieder auf eins reiten. Gut, die sind vielleicht gar nicht so dumm. Wir wissen's bloß nicht. Warum? Äh, ein Strauß? Gibt's bei Minecraft Strauße? Sträuße? Wie hieß die Mehrzahl von Strauß? Oho, Junge! Übergreifalt komplett! Josh ist einfach unbesiegbar auf seinem Pferd. Warum, Mann? Es hat ganz lieb da gestanden und nichts gemacht. Es war einfach nur am Leben. Na toll. Ja, warte mal. Jetzt ist er tot. Er lebt ja eh nicht mehr. Nett. Warum denn, Mann? Die Tür war doch nicht mal zu. Oh oh. Hä? Ist das echt? Das ist einfach alle? Ja. Eine goldene Schriftrolle? Ja, Blumen. Natürlich. Die kaufe ich. Wow. Aber das Gold ist nicht gut. Du kriegst ein Goldschwert, indem du Rubine hingibst, Mann. Das ist so... Na gut. Was kann man mit Rubine groß anfangen in Minecraft? Gar nichts, oder? Kannst du raus ein Schwert bauen? Ist schwächer bestimmt als Diamantschwert, oder? Gut, Schwerte allgemein. Axt, wenn dann. Was ist das denn gewesen, Mann? Ach so, das waren diese... Ja, die hat ja auch schon zu tun. Wo ich den Überfall in der Stadt hatte. Was ist das? Was ist das? Oh oh. Oh oh. Oh oh, ich hoffe. Ach, das sind bloß Wüstenzombies. Wüstenzombies? Wo kann man... Was gibt's denn alles noch, was ich nicht kenne? Mit ner Schaufel! Warte. Als ob! Hä? Ich dachte, den Sattel kann man nicht bauen. Das ist so geil. Nett! Einfach geklaut! Na gut, der klaut der Truhe. Das gleicht sich aus. Der will jetzt nicht auf ner Schildkröte reiten. Er ist nicht Muttenroschi. Hä? Warum hat der jetzt die Schildkröte so angeguckt? Ich dachte, der reitet jetzt die Schildkröte. Wahrscheinlich sollte ich das denken. Oh! Oh! Es kommt einfach aus dem Wasser raus! Irgendwie das echt so? Ich hab jedes Wort verstanden. Junge! Er ist einfach so schnell mit dem Schwert! Was? Man kann den Dreizack nehmen? Und dann fällt es in die Lava. Ist mir auch schon passiert. Hä? Hä? Was ist das denn? Jole! Das ist aber der Skin total! Ich komm einfach mit Zombie runter und bricht sich alle Knochen! Die rennen immer noch hinterher! Was ist das quasi? Motorfisch oder was? Und diese Musik dazu! Sieh dich nicht! Bei Speedrun von Minecraft geht es doch einfach bestimmt nur darum, so schnell wie möglich den Enterdrachen zu besiegen, oder? Sie zerplatzen einfach! Weil so oft mussten Huhnen nicht mal schlagen! Ahahahahahahahahaha! Wow! Was ist denn das für einer, Mann? Das hat's voll gebracht. Boah, das ist auch ein geiler Trick. Das war echt ein geiler Trick. Na, Angel. Boah, voll aufgespießt. Oh, oh. Oh, oh. Oh, er hat ziemlich viele Gegner. Oh, der Josh ist einfach Chuck Norris, Mann. Mit der Schaufel. Mann, das kann doch nicht einfach zu Ende sein. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.